wunderschönen guten tag mein name ist julia colella und ich freue mich dass du dich für mein lieblings dienstleistungspaket die rebifikation interessiert mit diesem dienstleistungspaket unterstütze ich menschen dabei mit der positiven psychologie und dem coaching noch glücklicher und erfolgreicher zu werden und sich so anzunehmen wie sie sind perfekt um sie selbst zu sein doch warum liegt mir das so am herzen weil ich nicht schon immer so ein sonnenschein war lange zeit habe ich externen umständen die macht über meine gefühlslage gegeben und somit anderen menschen die fähigkeit meine gefühle zu beeinflussen doch dann habe ich mich dazu entschieden glücklich zu sein und mein glück in meine hand genommen der einzige mensch der für dein glück verantwortlich ist schaut gerade dieses video und schon während du dieses video schaust kannst du deine gefühlslage beeinflussen und wie das geht zeige ich dir gleich denn wir menschen sind die einzigen lebewesen auf diesem planeten die in der lage sind situationen zu fühlen und zu erleben obwohl sie gerade gar nicht passieren verantwortlich dafür ist der präfrontale kortex hier vorne in unserem gehirn diese einzigartige fähigkeit verwende ich bei meiner rebifikation und dreh steht dabei für wieder fifi für erleben und fiktion für machen das heißt du tust aktiv ein positives lebensereignis wieder erleben und wenn du möchtest kannst du das jetzt gleich mal bewusst ausprobieren und dazu darfst du gerne deine augen schließen erinnere dich nun an eine situation in deinem leben in der du dich so richtig wohl gefühlt hast ein moment in dem du so richtig glücklich oder zufrieden warst vielleicht einfach nur so allein vielleicht in der gegenwart eines anderen menschen welcher moment fällt dir ein indem du dich so richtig gut gefühlt hast wann hast du dich so richtig gut gefühlt war es erst vor kurzem oder ist es schon länger her wo ist das gewesen kannst du diesen ort jetzt vor dir sehen schau dich in deiner erinnerung um was hast du gesehen und warst du alleine dort oder war jemand bei dir kannst du vielleicht etwas in dieser situation hören was haben deine ohren in diesem moment gehört und wie hast du dich damals gefühlt wo genau in deinem körper hast du dieses positive gefühl dieses richtig sein am stärksten gespürt und kannst du dieses gefühl jetzt noch einmal fühlen wie fühlt sich das an ist es dir jetzt möglich noch einmal dieses wohlige und angenehme gefühl des glücklich seins nachzuempfinden schau dich noch mal in deine positiven erinnerung um und mache sie für dich perfekt drehe die farben heller und lasse die bilder wie ein film vor dir ablaufen mache die bilder größer und die farben intensiver und wenn es geräusche gab kannst du diese lauter drehen damit du sie gut hören kannst und fühle diese schönen gefühle von damals immer stärker und stärker immer angenehmer und angenehmer und genieße diese wunderschönen gefühle und mit diesem wunderschönen und angenehmen gefühl darfst du nun wieder deine augen öffnen mit einer angenehmen leichtigkeit im sein sehr sehr gut genau diese positiven gefühle werden bei meiner arbeit immer weiter und weiter erhöht immer weiter gesteigert und dem höchsten emotionalen punkt genau da wird ein anker gesetzt das kann zum beispiel das reiben deines daumens und kleinen fingers sein oder das reiben deines ohrläppchen oder das berühren deines abends und habe ich übrigens mein anker und meine klienten nutzen diese anker zum beispiel bei stressigen situationen auf der arbeit um sich zu beruhigen und in ein gutes gefühl zu bringen oder bei prüfungen um sich besser zu fühlen und sich besser konzentrieren zu können oder in vorträgen um kompetent aufzutreten und sich einfach gut zu fühlen oder einfach so für sich alleine um sich selbst ein lächeln ins gesicht zu zaubern wenn du mehr erfahren möchtest über dieses revifikations dienstleistungspaket und über die weiteren tools in diesem paket aus der positiven psychologie und dem coaching dann ruf mich gerne an unter der 0176 6147 69 70 oder schreibt mir eine nachricht über das kontaktformular auf www seelenschokolade.com ich freue mich über deine nachricht oder deinen anruf und wünsche dir noch einen wunderschönen tag alles liebe deine julia